Ich möchte einen ganz neuen Detektiv erfinden. Ein Superfahrer wäre toll. Wie soll ich mir das vorstellen? Kann ich dir zeichnen, soll ich? Ja, bitte. Bald. Er zählt dann alle vor. Fritz Phantom! Mach dich nicht lächerlich, Fritzilein. Das kommt im Traum. Hat die Frau meiner Kugel. Die will ich. Was kostet sie? Ein Euro. Die? Die gehört mir. Oh, die Ratte hat die Kugel an zwei Kinder verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Hallo, Boss. Wir müssen sofort Papa aufwecken und ihnen das zeigen. Bremsen ziehen, Boss 2. Wieso? Höchste Gefahrenstufe. Es geht um die Kugel, die sie auf dem Flohmarkt gekauft haben. Sie meinen diese hier? Klaus? Klicker? Emma? Du erinnerst dich an mich? Ihr kommt auf der Stelle zurück. Kommt gar nicht in Frage. Sie müssen Emma retten. Endlich der erste Fall für mich. Suchstrahlen haben Emma nicht entdeckt. Ich hab was gefunden. Tom, kannst du deinen Zahn zulegen? Ich bin Tom Turbo. Tom! Turbo Schnellgang. Das gibt's doch gar nicht. Der lebt ja wirklich. Der lebt ja wirklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017